Nach der klassischen Urknalltheorie, der Big Bang Theory, begann unser Universum ja vor etwa 13,82 Milliarden Jahren mit dem Urknall. Gleichzeitig entstanden demnach auch Raum und Zeit. Wenn wir davon ausgehen, hat sich die Frage, was war von dem Urknall eigentlich erledigt. Aber mittlerweile gibt es weitere Überlegungen dazu, die sich auf die Quantentheorie stützen. Und danach gibt es tatsächlich ein Davor. Doch wie genau sah das aus? Ist das Universum vielleicht aus dem Nichts entstanden? War es Teil eines Multiversums oder ist es noch oder markiert unser Urknall lediglich das Ende eines vorherigen zyklischen Universums? Die Antworten jetzt bei Clixoom Science & Fiction. Herzlich Willkommen! Und mal wieder vielen Dank für diesen spannenden Themenvorschlag aus der WhatsApp-Community. Wie ihr Mitglied dort werden könnt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Erste Theorie. Das Universum ist zyklisch. Vor ihm existierte ein anderes Universum. Eine Idee ist, dass vor unserem Universum ein anderes Universum existiert hatte, was sich immer weiter ausgedehnt hat, bis es dann in sich zusammengefallen ist. Dann beginnt alles von vorn. So war also unser Urknall der letzte Moment eines anderen Universums. Und vor diesem hatte wiederum ein anderes Universum existiert. Vor dem Urknall hätte es somit also einen früheren Urknall gegeben und vor diesem einen noch früheren und so weiter. Doch dann gibt es eine weitere berechtigte Frage, die sich dem anschließt. Was war denn vor dem ersten Urknall? Wenn man diesen Gedanken mal weiterspinnt, kommt man ja auch zu einer viel größeren Frage, die wir aber eigentlich damit meinen. Wie ist alles entstanden? Übrigens, wem jetzt die Antwort Gott in den Sinn kommt, muss dann aber auch weiterfragen, was war vor Gott? Diese Theorie des zyklischen Universums wird auch Big Bounce genannt und das heißt so viel wie großer Rückprall. Demnach hat auch eine Kollision ein Vorher und Nachher. Heißt aber auch, dass wir uns von dem Gedanken verabschieden müssen, dass der Urknall der Anfang von allem sein muss. Doch um das alles zu belegen, müsste die String-Theorie weiter ausgeklügelt werden. Zudem bräuchte es empirische Belege. Der Plan dazu, Satelliten-Teleskope könnten demnächst eventuell nachweisen, dass die schwache Mikrowellenstrahlung, also das Echo des Urknalls, in einem zyklischen Universum andere Eigenschaften hat, als im herkömmlichen Big Bang-Universum. Zweite Theorie. Unser Universum ist Teil eines umfassenden Multiversums. Dahinter steckt die Idee des sogenannten ekpyrotischen Universums. Demnach ist unser Universum noch lange nicht alles, sondern nur ein kleiner Teil eines viel umfassenderen Multiversums. Darin existieren viele einzelne Universen, die ab und an miteinander kollidieren. Das wäre dann quasi der Moment des Urknalls. Und tatsächlich besteht hierbei die Möglichkeit, solch eine Kollision nachzuweisen, und zwar durch eine detaillierte Untersuchung der kosmischen Unterhintergrundstrahlung. Sehr wahrscheinlich ist es allerdings nicht, dass wir irgendwann solche Hinweise finden werden. Um jetzt konkret auf die Frage zu anden, was jetzt genau vor dem Urknall wäre, wäre die Antwort dann ein Multiversum, in dem Prozesse zum Urknall geführt haben. Doch letztendlich ist die Frage damit auch nicht final geklärt. Denn mit dieser Theorie schließt sich eine weitere Frage an. Wie ist dann dieses Multiversum entstanden? Gab es einen Multiknall? Und fast ja, was war dann davor? Die Idee des Multiversums scheint wirklich nicht überprüfbar zu sein. Deswegen gibt es auch einen großen Widerstand gegen die Theorie. Dritte Theorie, und die ist wirklich, ja, ich würde mal sagen, ein bisschen spooky. Das Universum ist aus dem Nichts entstanden. Die moderne Physik ist mittlerweile der Ansicht, dass Dinge tatsächlich aus dem Nirgendwo entstehen können. Diese Meinung ist spektakulär und galt in der Wissenschafts-Community lange Zeit als undenkbar. Das Universum entstanden aus dem Nichts. Genau davon gehen mittlerweile einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus. Aber wie kann das sein? Ganz am Anfang standen demnach wohl winzige, energiegeladene Teilchen, sogenannte Quanten. Und jetzt geht es auch schon ans Eingemachte, denn vielleicht wisst ihr ja, dass es laut der Quantenmechanik eigentlich gar keinen leeren Raum geben kann. Doch die Forschungsteams, die an die Entstehung des Universums aus dem Nichts glauben, beziehen sich auf die Quantengravitation. Danach ist die Quantenmechanik mit der der Quantengravitation vereint und somit sind zufällige und sehr kurze Energieschwankungen selbst in einem Vakuum möglich. In der Fachsprache auch Quantenfluktuation genannt. Teilchen und das entsprechende Antiteilchen entstehen spontan und löschen sich kurze Zeit später gegenseitig wieder aus. Doch eventuell kam es ja zu einer Ungleichverteilung, also einem Überschuss von Materie zu Antimaterie. Das wird ja tatsächlich vermutet, nur keiner weiß, warum es sie gab. Dann würde ein bisschen mehr Materie bestehen bleiben und könnte so nach Ansicht der Forscherinnen und Forscher zu den ganzen Galaxien und Sternen geführt haben, wie wir sie heute aus dem Universum kennen. Das ist echt schon eine krasse Vorstellung, denn so eine kleine Asymmetrie vor sehr langer Zeit hätte dann so viel Materie erzeugt, wie das Universum heute beinhaltet. Doch diese Theorie, nachdem das Universum aus dem Nichts entstanden sein könnte, wird heiß diskutiert. Doch fest steht auch Quantenfluktuationen, ja, die sind messbar, also experimentell gesichert. Möglich scheint es also schon, dass das ganze All aus der Leere entstammt. Und alles in allem kommen wir da aber an die Grenzen unserer Erkenntnisse und viele Fragen, zum Beispiel der Frage nach Gott und dem Ursprung von allem. Und vielleicht können wir diese Erkenntnisgrenze nie überwinden. Wenn es allerdings Neues dazu gibt, dann erfahrt das natürlich hier bei Klicks. Und wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, die YouTube-Aberbox, die funktioniert ja absolut, naja, gar nicht eigentlich, dann edit mich bei WhatsApp. Nur dann verpasst ihr kein Video über WhatsApp. Erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video, täglich und garantiert. Und zur Berührung habe ich ein kleines Geschenk für euch. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal klickst um Social Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt, wie aktuell über die Anzeige gegen Nebelnig wegen eines Memes. Total irre, dafür hier klicken, aber nicht die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Sensation, dunkle Materie existiert wahrscheinlich nicht. Bis dann, bleibt dran.